Ah, da sind Vorschau wieder, ne? Ihr werdet mich nicht los. So, ich glaube, wir müssen da lang, ne? So. Eine Feldlandschaft hier. Was, keine Stimmen, die mit mir reden? Ja, war klar. Hier, da oben ist eins und da oben ist eins. Okay, dann gehen wir mal zuerst zu dem hier, oder? 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 Gehen wir zuerst zu dem? Ja, wo gehen wir zuerst denn? Ja, natürlich hab ich's gefunden, aber ich hab's schon gesehen, da war ich noch gar nicht hier. Ich glaub gar nicht, wie weit ich gehen kann. Und werde. So, erstmal reinlegen hier die Kugel. Okay. Okay. Wow Um Okay Ist das ein creepy jetzt? Aha Okay Okay Jetzt geht's auf einmal mit diesem Move hier Okay Die Welt verändert sich Ich brauche noch eine dritte Ich glaube das nicht Okay Natürlich verstehe ich das Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, ne? Auch wenn man das manchmal denkt Okay 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 Okay, dann muss ich doch hier lang. Und dann hier lang. Jetzt wieder hier runter. Jetzt wieder hier runter. Jetzt wieder fokussieren. Genau. Perfekt, okay. So. Ich sag ja, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Und der nächste eben Apfel rein. Oh, der Weg ist frei. Dieser Weg geht kein leichter sein. Sie braucht es, bevor sie ihn in lassen lassen. Probe es ihnen. Probe es dir. Kannst du ihnen zeigen? Zeige uns. Zeige uns. Einfach einen schönen Spaziergang durch diese Landschaft hier machen. Ist doch schön. Es gibt doch keine schönere Natur. Strand oder so. Langweilig. Kannst du still hear that? Don't lose the thread. The hidden thread. Okay. Hmm. Okay. Muss aber manchmal drauf achten, wo die hinguckt. Weil manchmal guckt die da wirklich hin, so. Und... Wie Lara Croft damals. Wenn irgendwo was war, hat die immer in diese Richtung geguckt. Man wusste, dass da was ist. Oh mein Gott. Ja, wir gehen einfach in diese... halbe Höhle rein. Gar kein Problem. Machen wir. Hm. So, wo hat sich jetzt hier was versperrt? Ah, okay, 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 alles klar. Mhm. Noch gar nichts. Wir müssen im Endeffekt, glaube ich, eine Brücke bauen oder so. Irgend so was in der Art. Ne, da komme ich nicht hoch, okay. Dann gehen wir mal zuerst hier lang. Oh. 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 Okay. Okay. Laufhelfer, wieder drei Kugeln. Okay. Ja. Okay. Das werden wir ja noch sehen. Autsch. Und Schluss. Ja, da kommen ja noch mehr. Ja. Tschüss. Nein, der Fremd. Oh, waaat. Ja, Dieter. Er macht einfach den Feuer los. So, Spassi. Au, Quatsch, die soll ich da ausweichen. Brenne. Ja, cool. Ach, noch mehr. Cool. Oh, ist ja nett. Ich werde auch nicht nötig gewesen. Au. Ja. Oh, der macht mich fertig. Weg. Oh. 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 Ja. Ja, ich will ja weg. Weg. Okay. Okay, wir hatten das im Endeffekt schon. Oh, okay. Okay. Kann ich hier so runter? Nee, natürlich nicht. Oh Mann. Oh Mann. Wie ruhig das ist. Ja. Was machen wir? Hm. 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 Ja. Ja. Oh, ja. Okay. Warte mal. Ich muss auf jeden Fall hier noch irgendwie was feststellen. Ja. Jo, last auch. Ja. Da komm ich ja da gar nicht rüber. So. Ist ja alles. Magic. So. Genau. Ich hab schon wieder eine Bersenne. Ich glaub das nicht. Ich glaube ich muss niezen oder so. Gesundheit. So, dann packen wir hier die Kugel jetzt auch mal rein. Und jetzt? Und jetzt? Okay! Ich habe ein Loch in den See gerissen. Das ist wahrscheinlich der Eingang, den wir suchen. Ja, es ist total, es sieht auch total ungefährlich aus. Total ungefährlich. Ja. Sie werden uns erzählen, wie ein Gigant zu töten. Sie wissen, was das bedeutet, Sie? Nein, mehr sacrificieren. Once wieder, sie ist verletzend, verletzend die Welt, in die ungewöhnliche Pläne, die kein Licht verletzt. Sie hat immer Angst vor der Dunkelheit, der tiefen Siedelung, der blinds her Augen, till sie denken, dass sie nie wiedersehen wird. Aber es gibt eine Grenze, diese Zeit, die sie zu denjenigen, verbunden sie zu denjenigen. Sie hat die Prozesse zu halten. Sie werden sie nicht verlassen, sie werden sie nicht verlassen. Where are we going, Sinawa? Ja, sag ja. Total unbedenklich. Will ich's wissen? Ich weiß... Ich weiß ja nicht, was ich hier gerade tue, aber... Okay. Okay... Uh! Blaues Feuer! Aber jetzt komm ich hier hoch. Ey, Sache komplett unbedenklich. Ah, schön. Hier liegen auch vorn welche. Meine Nase läuft. Scheiße. Uh! Oh! Okay. Hier. Hö! Ich kann zaubern. Ich bin... Ich bin einer Hexe. ... Ja. ... Natürlich. Sechs Meter reichen nicht. Wir gehen tiefer. Und jetzt gehen wir so richtig tief rein. Ja, richtig, die... Da war was unter Wasser. Oh mein Gott. Ja, ist, wie gesagt, total beruhigend. Okay. 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 Ja, wow. Oh. Eh? 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 Und ich will zurück? Okay. Ja, okay. Ich bin halt nicht so gerne hier in dem Wasser drin, ne? Okay. Hm. Okay. Wait. Ich hab ja die... Die... Den ganzen Tag angemacht, ne? Ey, ich geb dir gleich, wie weiß ich wohin, dumm. Ich hab die einfach dumm, ey. Okay. Okay. Ich dachte, die waren dumm zu mir. Ich glaub, ich spinne. Ja. 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 Oh, perfekt. Das ist wieder so'n Ding an. Ja. Lass dich nicht für dich lassen. Sie muss sich selbst zeigen. Sie muss sich zeigen. Sie muss. Üh. Hm? Nein. Die hidden Folk. Sie haben das gemacht. Sie wollen, wenn du dich verloren getrennt. Ich werde schon wieder einen übersehen. Ich glaube das nicht. Was ist das denn? Geister! Hier sind Geister und ich soll jetzt wieder in das Wasser rein oder was? Oh mein Gott. Ja. Ist alles schon wieder sehr sehr einladend auf jeden Fall. Ja. Ja klar. Natürlich. Natürlich. Ja, die Licht. Die Licht. Ich hab ihn nicht. Ich bin nicht in der Welt. Ich will dich. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht in der Welt. Geht euch ein Scheiß-Drug an. Die winken mir alle zu. Deinesweges sind wir tot. Ich habe gar nichts gemacht. Was soll denn das? Deinesweges sind wir tot. Das hat man nicht so überdramatisch. So. Ich gehe da jetzt trotzdem rein. Tschüss. Oh mein Gott. Ich habe vor, meine Fackel wieder anzumachen. Keine Sorge. So. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir hier hoch, ne? Dann machen wir das mal hier an. Ja. Das ist auch, wie gesagt, alles total einladend hier. Oh, ja. Es gibt keinen anderen Weg. Bist du deinem Kopf unter Wasser. Und nimm einen tiefen Atem. Okay, cool. Ich hab gerade so dermaßen der Stranding weiß. Die Ganten... Die Ganten... Wie hießen sie nochmal? Wie dies? Die Katzen wie dies, ey. Sooo... Ach, kein Sonnenlicht. Es ist mir auch aufgefallen. Wer ist das? Ich dachte, wir wären alleine. Ich dachte, wir wären alleine. Was ist das? Was machen sie das? Was machen sie das? Was machen sie das? Im Endeffekt... Die Lüge sind das Anfang. Oh. Oh. A light. A light. What is this place? So beautiful. How is it possible? Okay. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und, äh... Ich glaube, das ist jetzt... Das... Boah, das sieht so krass geil aus, ne? Und, ähm... Ja. Dann machen wir mal in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen angenehmen Abend. Und, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Es bräßchen. Süß, uncle. Und, bis zum nächsten Mal. iska. Bis zum nächsten Mal. Bing an. 急is Tranfne. Verhal.